Drei, zwei, eins, los! Oh, dieser Dschungel gegen Sheik. Wow. Uh, jetzt der Kettling direkt erstmal los. Ja, ja, es gibt nicht nur einen Charakter mit einem Spin Dash. So, Sheik holt sich ihre Prozent wieder. Wow, das waren viele VDRs. Und fast eine ist die, aber dann doch nicht. Versuch den Mecha-Kuba aufzuheben und jab ihn stattdessen. Wird gehillt. Ja. Ja. Dauern zum Beispiel ich killt, ne? Sheik ist leicht. Sehr, sehr leicht. Und zack. Also die Traps. Zack. Here comes the pain, ey. Fast überrundet. Überrundet. Oh. Alter, das hat ultra früh gekillt. What the fuck. Das hat hammer früh gekillt. Eigene, 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 wie hieß das nochmal? So, Game 2. Heiß hier drin. Step mit der Führung. Boah, nicht so schlimm wie auf dem Mini-Weekly. Ich war da vorgestern. Das sind so in der Kneipe, ne? Das sind so, äh, Spieleautomaten. Und die sind mit damn vielen Lichtern, ne? Ich komm da rein, lass mich hin, fang an zu schwitzen. Das war so widerlich. Ne, jetzt. Äh, ne. Jetzt kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Kratz mich wund und dann schreiben wir mit meinem Blut. Genug Mückenstiche, das ist kein Problem. Dr. Easy. Wow, aber ganz super easy. Guck mal, guck mal einmal kurz durch hin. Oh. Super gleichen Prozenten, super gleichen Prozenten. Wow. Wow. Ähm. Ähm. Ja. Vielleicht sogar Luigi, das ist schon gar nicht so kacke mit Cyclone und so. Yes. Ja, Api ist auf jeden Fall sehr früher killed, ja. Ja. Ich kann dich auf jeden Fall auch gut retten, dann. Hast du auch kurz drücken? Ja, das stimmt. Ja, nochmal. Also Ryu ist halt gemmlich in Teams, so. Ryu würde ich nicht spielen. Aber ich würde dann sonst, wenn es mit Luigi gar nicht funktioniert, dann würde ich sowas wieder rein sehen. Äh, gegen Daniel. Wieso? Haben Sie mal gerade verloren? Ja, deswegen ja. Er ist ja mit Usas. Achso. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Gegen Robin, glaube ich. Drei. So, wenn das Samy ist oder so. Ist ja jetzt egal. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war es Ivan. Und jetzt ist das Game vorbei. Ja. Ja. Und ein Tooster. Das ging schnell. Der Knopf da oben, der kleine. Da haben wir irgendwas verpasst. Guck doch einfach da hinten, links. Das kleine Knopf. Der kleine, nicht der große. Ein wunderschönes Game haben wir noch. Ich habe beide gedrückt. Den kleinen musst du aber drücken. Ja. Kann sein. Kann auch sein. Okay. 2-0 Step. Ja, das sieht immer so lange even aus, bis Killprobleme dann bei Sheik aufkommen. Ja, genau. Und Bowser Jr. hat keine Killprobleme auf jeden Fall. Oder nicht gegen Sheik. Also vor allem Step nicht. Der kann immer ganz gut mit diesen komischen Upsmash-Setups killen auch. Ja. Ja. Ich komme gleich. Moment. Ist wahrscheinlich gleich vorbei. Achso. Obwohl das da. Aber das ist ein Lag-Setup. Das mag ich nicht. Okay. Und da gibt es kein Dreamland. Sollte ich doch. Zero Suit gehen wäre das auf jeden Fall super wack. Beide. Das war's schon wieder. Oh, ich muss auch mal kurz. Da gibt's kein Dreamland auf dem Setup. Ne. So. Dann würde ich da glaub ich eh nicht drauf gehen. Ach stimmt. Ich hab mein Dreamland nicht. Soll. Aaaaaah. Und das war's schon wieder. Äh, don't jump from the ledge gegen Bowser Jr., Alter. Oder zumindest nicht prä, also erst wenn er einen Leg hat. Jetzt musst du ihn natürlich irgendwie killen. Ja, viel Spaß. Das ist immer eine schwere Sache. Also Bowser Jr. gehört zu den schwersten Chars, wenn er in seiner Clowns-Kutsche ist. Wenn er Api macht und da praktisch nicht mehr drin ist, dann wird er zu einem leichten Char. Stimmt, er kriegt, wenn man in seinen Kopf snipet, dann kriegt er ja auch mehr Knockback und so, ne? Ja, ich glaube, ja. Der, das Karpidio irgendwie so, stimmt. Komische halt Geschichte, komische Angelegenheit. Aber man kann ihn rausniedeln aus seiner Api und er kriegt keine neue. Ja, das geht auch auf jeden Fall. Aber da muss man bei so erfahrenen Bowser Jr. wie Step auf jeden Fall schon ein paar Tricks anwenden. Oder Boot-Time, weil der kann das auf jeden Fall, der ist das gewohnt. Boah, der ganze Damage, ey, diese... Hat Weißer gewonnen oder was? Hat Weißer gewonnen gerade? Hä, warum sagt er, muss gegen Gewinn spielen? Nein, er war ja muss gegen... Oh, da geht er wieder für den Up-Smash. Aber... Banana hat gelernt. Wow, nice. Oh, fast sehr nice. Oh, no, 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 no. Und hier schon 3-0. Für Step. GGs, das war's auch schon wieder. Das war's auch schon wieder. Dann kann ich nicht jetzt eigentlich auf die Suche nach...